Langsam geht es mit Aufregung los, aber ich habe ein super Gefühl. Es ist alles sehr surreal, was hier passiert. Großartig! Auf dich! Super! Schön! Wenn Inge tanzt, dann gibt's ihn Vollgas Herz über Fassland. Wenn Inge tanzt, dann gibt's kein Haltensiegel außer Rand und Band. Wenn Inge tanzt... Rock'n'Roll ist nicht Träumlein. Laute Gitarre. Der Elvis Presley. Wenn Systemfehler auf der Bühne stehen. Rock'n'Roll ist, wenn jeder so ist, wie er sein möchte. Einfach locker zu lassen. Zu tanzen. Wenn Inge tanzt, dann gibt's ihm Vollgas. Die ganzen Proben, die ganze Arbeit nach einem Jahr. Jetzt sind wir alle gespannt. Jetzt kommen wir zum Ergebnis. Ich wünsche mir wirklich, dass der Film einfach den Leuten Spaß macht. Dass es allen so gut gefällt wie mir. Dass die Leute begeistert rausgehen und überall herumerzählen, was für ein grandioses Werk das ist. Komm Inge tanzt, 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 tanzt. Komm, tatsch mit mich. Komm Inge! Der Film war sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Er war auf jeden Fall total witzig. Die ganze Kombination von Film, Musik. Das Lied ist immer noch im Ohr. Die Schauspieler waren sehr gut, fand ich. Der Wortwitz, dass es nicht so 0815 ist. Auf jeden Fall eine schöne Romantic Comedy. Lässt einen mit einem schönen Gefühl nach Hause gehen.